Hallöchen Leute und heute zoppen wir Secret Neighbor Ein Multiplayer Hell & Neighbor Spiel Ich werd auch noch ein paar alten Neighbor Videos machen Aber erstmal spielen wir mal das hier Das ist ein... ja wie soll ich das sagen Ein Multiplayer Hell & Neighbor Spiel Ich bin nicht grad los Egal Ähm ja Ich bin heute krank Äh Ich weiß nicht aber Mir geht's heute auf jeden Fall gut Und ja Leider das Video noch vorbei ist Wenn man jetzt nicht gefragt ist Sonst bleibt das Video dann schreibt es in den Kommentaren Nicht Kommentare Ab die an die Mäste dann überhaupt nichts zu schreiben Ähm Ich hör mal den Badger hier Ich starte jetzt mal eine Runde Und einer von uns, also die Spielregel ist so Einer von uns ist der Neighbor Und ja, die anderen sind die Kinder Die Kinder müssen den Schlüssel finden und die Kellertür finden Und der Neighbor muss die Kinder fangen Und der Neighbor ist als Kind verkleidet Zum Beispiel, ja genau Ich bin jetzt ein Kind Finde alle Schlüssel in die Kellertür Finde heraus, wer der Nachbar ist Das ist die Regel von der Kinder Ähm Ja, also Ja, also Was ich jetzt machen soll Ist jetzt einfach natürlich Schlüssen zu finden Und Ja Da Weil Da ist die Tür geschlossen Geschlossen Die Die Da ist die Tür Der Der Den Der 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 so okay ich bin das gefühl ich glaube ja ich kann es euch sagen ich höre den Neighbor er hat sich als Kind verkleidet dann kann man auf den Neighbor gehen oh nein ein Kind stirbt sorry ich wollte dich retten aber ich konnte nicht wir können auch in Mauts machen ein Keycard dann können wir die Türen öffnen oh mein Gott man stirbt ich kann aber nicht helfen weil ihr so alt wechselt okay ich habe das Gefühl da ist ein Typ was er ist ein Nachbar bestimmt immer prozentig ist es gibt verschiedene Mavers und zwar Clown zu wie auch immer wenn wir jetzt von ihm weg sind Leute jetzt ein Nachbar oder das Kind hat auch ein Verschiedenes Weg dann kann man die Skins ändern woher der Neighbor oh 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 ich kann nicht so lange runter aber 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 ich ich komme jetzt ich habe schon das hier ich bin nicht das hier ich bin nicht das hier ich bin nicht das hier du hast die Tür gut okay ich habe keinen Keycard ich habe keinen Keycard ich habe keinen Keycard 3 ich habe keinen Keycard 3 ey ey es ist mein es ist mein okay aber ein bisschen viel Bart ja das ist total die die silber schuld ihr können das machen kein Bock mehr Ich nehme jetzt mal Brave, also Kämpfer. Der kann die Leber wegschlagen, wenn du getroffen wirst. Du musst dafür viermal oder dreimal interessieren. Und der ist gut. Ich nehme lieber mal den hier, den Nachbar hier. Oder vielleicht der Clown? Ich weiß es nicht. Ich nehme mal den Nachbarn. Oder... oder doch, ja, ja. Also Brave Leute, also Kämpfer ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ja, und Nachbarn treffen. Entschuldigung, wer ist das denn? Äh, ich weiß nicht, was für ein Spiel jetzt Entschuldigung heißt. Oh, das nervt diese Kräuche. Stimmt. Warte, ich habe Entschuldigung, das stimmt. Sorry. Das ist Lieber, genau. Genau, das Kräuche. Ich bin immer noch nicht der Neighbors, schade. Entschuldigung, es geht. Ich weiß nicht, was ist. Du hast fast wieder ein Deutsch-Tinder. Entschuldigung. Entschuldigung. Ey, Entschuldigung. Ich bin, guck mal, ich bin ein YouTuber. Entschuldigung, hinter dir. Entschuldigung. Entschuldigung, hier. Hier. Hallo. Guck mal. Guck mal, ich bin ein YouTuber. Ey! Ey, ey! Ey, ey. Ey, mach nicht dein Ding. Mach nicht dein Ding. Mach nicht dein Ding. Oh mein Gott, ich bin schon verabschiedet. Ich will den Nachbarn treffen. Das ist auch gut. Ahhhh! Oh nein! Leute, ich kann das nicht aushalten. Was ist das? Blutbombe? Ich sehe zuviel Dunkeles. Ah, ich mach dich nicht im Typen zu, Mann. Das ist schlimm. Der Brave ist wirklich ganz gut. Ey, ich bin ein YouTuber. Ich bin YouTuber. Du kannst meinen Kanal abonnieren. Aber hoffentlich bis dann sollte, ne? Ich kann mich dann verstehen, dass ich ein YouTuber bin. Nachbar, bitte, mach dich bitte mein Video kaputt, okay? Ich möchte mal ein bisschen mal weitermachen, so. Na, ich bin ein YouTuber. Oh nein, ihm ist das gefallen. Oh Leute, ich hasse krank zu werden. Oh Leute, ich hasse krank zu werden. Irgendwas ist denn los? Irgendwas ist denn oben los? Verstehe ich auch nicht, was los ist, aber ja. Hä? Ah, hey. Ah. Au. Nein. Nein. Was ist das? Ey. 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 Nicht töten, Digga. Ich bin ein YouTuber. Ich bin ein YouTuber, Digga. Ich bin nicht ein Neighbor, Digga. Du hast doch gesehen, ich war nicht ein Neighbor. Bestimmst du das zufällig? Ich war nicht ein YouTuber, ne? Weil ich hab doch nicht ein YouTuber getötet. Ich war nicht ein Neighbor. Ich bin auch nicht meine Clown Neighbor. Ey. Pass auf. Ah. Neighbor, Neighbor, Neighbor. Ah. Kacke. No. 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 Hilf mich, hilf mich schnell. Erstmal nicht. Erstmal nicht. Kann man 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 nicht. Okay. Taschennappe Box, Box. Das ist sehr wichtig. Kann sich die Nachbarn sehr gut treffen. Brunner Krum. Bitte. Mach. Oder auch. Immer so zu schlagen. Ich weiß nicht, wer jetzt der Neighbor ist. Oh. 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 Ha ha. Jerry. Ja, ich hab's hier. Ja, ich hab's hier. Ja, ich hab's hier. Komm schon, ich hab's hier. Ja, das ist los. Das ist los. Das ist los. Oh, okay. Das ist los. Ich hab Angst. Das Problem ist, dass der Tür ein bisschen Leim gelegt ist. Oh my god. Das ist ein bisschen creepy. Aber ich hab schon... Was? Ich muss den Nachbarn nochmal schlagen? Was hab ich denn getan? Leute, bitte rettet mich, wenn ich gefangen bin. Bitte. Nein, ich weiß, wo der ist. Schade. Nein, nein. Okay, ich muss ihn retten. Ich muss... Leute, wenn ich jetzt den Typ rette, müsst ihr jetzt ein Abo. Ein Abo da lassen, okay? Was? Wo? 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 Ich seh' nichts. Ich seh' nichts. Ich seh' nichts. Ich seh' nichts. Entschuldigung, kannst du mich mal hören? Hast du mich dumm geschaltet? Ich bin YouTuber, hallo? Ja, ich kann auch ein bisschen zu lange den Video machen, denn ich weiß schon, ich hab keine Telefonnummer, ich kann deswegen zu lange Videos machen. Und Punyek, wie du schlags nicht wieder mein Gesicht? Bekommt denn das hier, ne? Oh, der ist doch Thema! Nein, der ist doch Thema! Nein, der ist doch Thema! Der ist doch Thema! Danke, der ist doch Thema! Ich bin ganz schritten. Ich bin ganz schritten. Geil. Danke, du hast deswegen mein Video besser gemacht. Sonst war ich tot. Danke, beste Ehrenmann. Oh, ne Punyek, ich hasse Punyek. Was für ein Spieler ist das? Aha! Ja, ja. Äh, gut eingefallen. Hä, warum gehst du nicht? Warum gehst du nicht weg? Ich lieber gehst du nicht weg. Ich gehst weg. Ich hab doch nicht lang. Oh, ne, ich hab den geklappt. Warte, ich hab den geklappt. Ich hab den geklappt. Ich hab den geklappt. Nein, nein. Er ist schneller als er ist nicht schneller. Ja, ich weiß. Sieh! Oh! Was passiert? Jawohl. Ich hab den Kopf gefällt. Ich hab den Kopf gefällt. Ich hab den Kopf gefällt. Also, tschau.